Alles klar? Wie geht's? Ja, ja, auch. Ob wir heute Abend was mit den Jungs machen? Ob wir heute Abend? Ich frag mal kurz, Dine. Hab ich heute Abend Zeit? Hey, ich glaub, du spinnst. Ganz ehrlich, weißt du, wir haben den ganzen Abend zusammen geplant gehabt. Wir wollten zu Ikea. Deine Verlobte wissen mehr zu Porten. Ganz ehrlich, deine Jungs, mit denen kannst du keine Kinder auf die Welt bringen. Das machst du mit mir. Mit mir machst du Kinder. Ich glaub, du kannst mich verpissen. Ja, ich glaub, das wird heute nix. Ich glaub, wir verschieben das aufs nächste Mal. Nee, okay. Ciao. Sag Grüße. Verpissen. Verpissen. Ich glaub, hier kommt keiner mehr zu Besuch.